Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Ähm, ja, dieser Part wird nicht so der normalste Part sein, denn... Also, ich kann erstmal erklären, dass ich nach der letzten Aufnahme-Session, die sehr lange her ist mit dem Smoothie, vergessen habe zu speichern. Ja, habe jetzt alles erstmal neu machen müssen und ja... War nicht so schön, aber das heißt auch, dass ich hier... Ich habe jetzt null Muscheln und das heißt auch, dass die Figuren ein bisschen anders sind, aber ich habe ein bisschen mehr gewonnen als das letzte Mal, glaube ich. Jedenfalls, ähm... Ja, das wollte ich halt mal sagen und... Äh, da ich ja gesagt habe, ich möchte so viel wie möglich finden, werde ich jetzt etwas Besonderes machen, nämlich werde ich jedes einzelne Gebiet noch einmal absuchen mit Sachen und Fragmente vereinen und was weiß ich. Äh, das heißt aber auch, dass der Part ziemlich langweilig werden würde, was bedeutet, äh, ja, dass er ziemlich langweilig ist. Also, so habe ich mir gedacht. Ähm, ihr seht das Ganze wahrscheinlich in doppelter Geschwindigkeit oder in dreifacher Geschwindigkeit, während ich hier durch die Stadt und durch eben jedes einzelne Gebiet laufe, um zu gucken, wo noch was sein könnte. Ja, gut, also würde ich sagen, los geht's und, äh, viel Spaß bei diesem Zeug mit Musik, weil ich halt Musik dazu laufen lasse, logischerweise. Gut, viel Spaß. Gut, viel Spaß. Gut, viel Spaß. Gut, viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020